So, ich muss den nochmal neu starten. Ich bin wieder bei der Leiter. Das Problem ist, ich bin nochmal zwischenrein gestorben und so, weil einen Speicherpunkt gab es leider nicht. Also nur ein bisschen weiter vorne. Ein Moment. Der Umwachter ist so ein explodierender. Ich habe jetzt auch kaum mehr Munition, nur noch für die Maschinenpistole. Erstmal vollkommen nachladen. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Der eine durfte nicht. So, ja, staunen. Kommen wir noch welche? Ich glaube, ich habe so einen Kotzer gehört, oder? Hallo, du lebst noch? Nicht? Okay. Okay. Okay, sind alle durch die Explosion draufgegangen. Das finde ich aber gut. Boah, nochmal eine große Box. Jetzt haben wir schon zwei dabei. Langsam sind wir hier richtig ausgestattet. So, was können wir hier machen? Der explodiert. Wir haben so ein komisches Logo. Jetzt haben wir so ein Logo. Okay, aber hier können wir nichts machen. So, wir dürfen einmal hier weiter. Ja, zur Hölle schreit er immer so. So, wir müssen eigentlich die Leiter hier hoch. Ich habe mich auch noch ein bisschen informiert wegen den Briefen. Das Problem ist, die Briefe kann man theoretisch gesehen eigentlich gar nicht groß bekommen, weil das Story bedingt ist. Es gibt noch einen zweiten Teil mit den Briefen. Weil, ja, an anderen Stellen kommt man nicht hin und deshalb habe ich die auch nie gefunden. Hier ist die eine Türe. Dahinter war doch auch der eine explodierende. Und hier ist die abgeschlossene Türe. Vorher, wo ich auf der anderen Seite von der Türe war, waren hier irgendwie Zombies. Die sind jetzt irgendwie... Ah, die sind vielleicht alle hier runtergeklettert. Ja, das kann natürlich sein. Weiß den Idioten in den Tafik, Tim. Die Show muss weitergehen. Das war's, weißt du. Also Mann, sag Hallo zu deinem neuen Herrn. Applaus, Bruder, für König Borrell. Danke, Timbersee. Und jetzt scheucht die Löwen auf. Also, es ist ganz leicht. Du musst nur lange genug überleben, um deinen Bock da drüben zu erreichen. Dann gewinnst du. Oh, gibt's etwas Einfacheres? Oh, Mann. Wo ist mein Bob? Oh, ne, Knarre. Äh, das ist jetzt natürlich super. Vor allem, das Problem ist... Wow, nice. Oh, no. Das Problem ist halt wirklich... Das Problem ist, ich hab ja nix zum Schlagen. Nein! Autsch! Fuck, 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 fuck. Wirklich? Kann ich's einfach wieder so gehen? Ein echter Londoner Bus. Nicht so ein Gelenkbus, Scott. Und umdrein noch ein paar Kugeln, weil du es wert bist. Sorry. Dachtest du, du kannst die Arena verlassen? Hahaha. Wohl kaum. Und... Oh, Mann. Ja, toll. Was soll ich machen? Du kannst ihm noch einen Tipp geben, Sarah? Wie wär's mit... Gute Mine zum bösen Spiel? Oh. Oh. Ich brauche dich, aber wenn du gute Mine zahlst, hast du ne Chance. Hahaha. Ähm, ja, okay. Ich hab jetzt, glaub... Sechs Schuss. Jetzt kann ich aber nicht sehr viel anfangen. So, und wir dachten, wir können aus der Arena raus, aber hier geht's wohl weiter, oder? Die bespaßen sich hier. Oh, noch mehr Munition. Schau mal noch... Oh, hier oben. Okay. Ich glaub, jetzt kann ich mal weiter. Oh je, das hört sich... Schon richtig übel an, irgendwie. Aufheben? Was kann ich aufheben? Wo kann ich was aufheben? Ach, im Auto drin. Ich glaub, da... Hat was aufgeblinkt. Oh, ne Flair? Und ne Mine. Okay, Moment mal. Wie kann ich denn das wechseln? Nur hier unten, gell? Also groß auf den Schnelltaschen oder so kann ich nix machen. Oh man, es geht weiter. Schnell. Autsch. Okay. Den machen wir einmal so. Meine Güte, dich tut gut. So lange hat keiner mehr durchgehalten, sei es, ähm... Seit zwei Tagen, oder? Tut so lange? Wow! Wollen wir unseren reizenden Wettkämpfen noch ein paar gönnen? Jetzt haben wir ein kleines Problem. Oh, die haben ihn sogar erwischt. Aber da ist noch einer. Nein! Falsche... Oh, das... Das Problem ist... Ich kann gar nicht so viel schießen eigentlich. So viel Gegner, wie wir hier sind. Wir müssen irgendwas finden. Oh, no, 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 no. Das ist das Problem, Alter. Ich brauche hier... Oh, oh, volles Loch hier. Ich brauche hier viel zu viel Schuss. Das ist mein Problem. Nein, hinter mir knapp. Okay, der Staun. Ah, kann ich auch klettern? Jo. Ich habe ja nur noch drei Schuss. Da muss irgendwas rumliegen. Ah, eine Mine. Ah, Moment. Oha, rennen die schnell. Chill, 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 chill. Aber die sollten halt zusammenbleiben. So, die müssten down sein. Ja, super. Und was passiert jetzt? Oh, nein. Tja, das kommt davon. Wenn man die Zombies als Spielzeug benutzt. Die sind halt manchmal unberechenbar. Ich höre noch welche. Ich glaube, ich sollte langsam mal weiter. Wo war der Fun-Knopf? Moment mal. Ah, hier ist nichts. Ich suche hier gerade noch so ein bisschen ab. Ach so, kann ich... Ah, jetzt habe ich es verstanden. Schon gedacht, ich kann einfach nur rüberspringen oder so, aber ich kann hier ganz nach oben. Oh, sehr gut. Munition, die brauche ich. Warte, wo sind die alle? Ah, hier ist der Fun-Knopf. Oha. Einen Moment. Shop da so eine Idee. Dicke Party. Alle down. Puh, okay. Kann man hier noch was plündern? Fließt das Tor. Hau auf den Knopf. Jo. Einmal zu. Oh, hier ist... Oh, sehr schön. Schauen wir noch, ob hier aber irgendwas gibt. Hier spricht der Prepper. Hörst du mich? Ende. Keine Ahnung, wie du da lebend rausgekommen bist. Aber ich kann dir helfen, dass es so bleibt. Hinter der Tür ist ein Riesenhaufen Klamotten, aber der Ausgang liegt hinter dir. Jetzt tripier mir da nicht noch. Okay, ich weiß auch nicht genau, wie ich das geschafft habe. War so ein bisschen Glück, hey? Okay, ähm... Oha. Was für eine nette Knarre hängt denn da an der Wand. Und Sturmgewehr-Munition. Sturmgewehr-Munition. Ist das gerade im Container drin, oder ist das jetzt... Nee, das ist jetzt mal... Alter, was ist hier alles drin? Okay, was nehme ich mit? Den Kuchen... Äh... Moment mal. Ich würde sagen, den essen wir gleich mal. Wieso habe ich eigentlich so wenig? Eigentlich sind meine ganzen Waffen weg, oder? Mein Baseballschläger mit den Nägeln und die ganzen Waffen an sich. Ah nee, das ist das hier Zeug hier drin, oder? Ah, der große passt nicht. Dann würde ich mal sagen... Scheiß auf die Flare. Nennen wir das noch mit. So, was haben wir hier noch? Munition. Oh, Munition würde ich aber noch ein bisschen mitnehmen, ne? Ähm... Ja... So eine Mini war jetzt ganz cool eigentlich mal. Ja, aber ob ich sie halt so generell richtig brauche. Die Flaires sind jetzt eigentlich gerade auch egal. Ich habe nicht mal einen Molotow dabei. So, okay. Und wo komme ich jetzt weiter? Der hat doch gemeint, schließt die... Ja, das Tor, hat der gemeint. Über die Leiter hierher kommst du auch wieder raus. Über welche Leiter? Ich weiß nicht mal, wie ich hierher gekommen bin. Ich wurde K.O. geschlagen. Haben wir dann eigentlich noch irgendwo so einen Verteiler? Könnte doch hier sein. Über welche Leiter? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich schaue mich mal kurz ein bisschen um. Einen ganzen Strahler hier. Der hat doch irgendwas gemeint hier mit irgendwie Haufen Klamotten und so. Wie lange musst du überleben? Ja, ich habe überlebt. Sollen wir jetzt hier drüben was an... Ah, Moment mal. Schau mal in die Richtung. Ich habe gedacht, da hinten in den Raum gezogen, wie weiter. Aber da waren nur meine Sachen drin. Okay. Ah, doch, von hier sind wir... Ja, genau, von hier sind wir hergekommen. Ja, das stimmt schon. Ich habe jetzt nicht... Ich habe gedacht, die haben mich weiter weggeschleppt oder so. Äh, Moment mal. Eigentlich sollte ich ja... Den da hin... Wo habe ich meine Knarre? Ach, ganz hier vorne. Sortiert immer so komisch. Ganz random. Oder jedes Mal anders. Okay. Okay. Vielen Dank.